hallo schön und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft mine life schön dass du deinen weg wieder her gefunden hast dieser junge charmante typ da das ist der dominik der ist auch dabei heute hallo schön ja hallo schön das kann ja was werden mit dem schreibt wolfkopf ja das wage ich zu bestätigen so wir sind ja in der letzten folge auf der suche gestorben deswegen habe ich hier mal ein bisschen sachen besorgt und wir bauen jetzt hier mal unser neues domizil würde ich sagen ja da muss gleich laut reden selbe wie immer das ist halt immer das problem bei ihnen ich rede immer in gleicher lautstärke egal was ich sag hörst du ja immer druck in der boys und du auf einmal so ja okay das machen wir ja ein apfel das darf halt nicht so sein so ein apfelbaum geil können wir den rechtsklick abernten also den auf keinen fall weg fetzen hier lebensmittel und du läufst einfach weg ach dankeschön vier stück perfekt den nicht abholzen wird es nicht passieren wird nicht passieren indem du vorher guckst was du abholst alter boah jetzt richtig viele fruchtbäume kirschen weintrauben wo aber das war auf dem boden oder orangen und zitronen okay also die bäume alle nicht weg fetzen ganz wichtig die müssen wir lassen okay pass auf dann fangen wir mal direkt an ja wie fangen wir dann direkt an in dem fall sollten wir was aus bürken bauen oder ja wie viel bürken ist ja minimal hat hier was hier verbauen wir hier mal ein bisschen bürken sachen aber die frage ist wollen wir unser haus erhöht bauen oder gute frage ach hier geht es ja hoch hier ist ein berg da kommt sogar schnee dann drauf auf dem gipfel aber das ist schon sehr krass erhöht hier ja also ist halt schräg einfach wie sau ja dann doch lieber unten na ja ist vielleicht doch besser ja okay dann würde ich mal jetzt einfach mal sagen du kümmerst dich mal um ein lager ja ein lagerhaus bauen und ich guck mal ums wohnhaus mhm oder das können wir so machen ja okay ich hab teeblätter gefunden und es regnet ja ganz toll ganz toll wo willst du denn das haus hin machen ich denke mal hier so alter fängt aber an mit schütten ja junge jetzt fängt es aber an unangenehm ja wolf kopf schreibt das ist jetzt die neue staffel war komplett los das ist doch keine neue staffel es ist immer noch stadt drei ist immer noch stadt drei kummer hier hinten ist unser unser anderes wohnhaus das sieht man sogar von hier guck da oben da ist unsere andere bude das ist doch keine neue staffel hängt es sag mal wir werden doch niemals einfach so eine staffel drei beenden das ist einfach nur das zweite dorf jetzt und irgendwann werden wir die verknüpfen wirtschaftlich und dann walzen wir das alles um auf community server und dann spielen wir alle zusammen drauf hier und dann roleplay okay genau es gibt minecraft roleplay server glaube ich gar nicht so wirklich ja lass doch machen du hast den minecraft roleplay server boah das wäre eigentlich hart geil ne ja das wäre richtig hart geil boah die regensounds sind richtig cool ja 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 hat man Nicht wundern, wenn Dominik in der dritten Person von mir redet, ich versteh's auch nicht. Achso, ja, sorry, hab in der Stream-Beschreibung Staffel 4 gelesen, obwohl da Staffel 3 steht. Und ich hab mich schon gewundert. Ja. Lol. Keck. Ja. Wie groß ist dein Haus? Groß. Groß. Damit ich irgendwie weiß, wo ich hinbauen kann. Ja, bau halt ein bisschen abseits. Musst du jetzt hier nicht direkt daneben bauen. Hab ich gedacht, hier so oder so? So, hier unten. Ich glaub, ich wär eher hier so. Wo? So? Hier so. Richtung Wasser. Hier hinten so. Ja, weil ich das Haus nach hinten baue. Ich weiß ja nicht, wie groß es wird. Achso, ja, gut. Ich würd mal kurz pennen. Ja, okay. Ah, schön. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Jetzt hört's eigentlich auch auf zu regnen gleich. Sehr schön. Ja, dann bauen wir halt hier Richtung Wasser. Ist ja kein Problem. So, ich bin noch mal gespannt. Den Creeper Sound. Wie alt ist eigentlich dein Hund? 13. Also Menschenjahre. 13. Ja. Hundejahre sind ein bisschen anders. Ja, 105 oder sowas. Ne, oah. 91. Ah. Okay. 91. So, Alter. So, das machen wir anders hier. So, Dominik hat sich bestimmt ein Thema vorbereitet zum drüber reden. Bleibt sicherlich nicht. Warum nicht? Ähm, ja weiß ich nicht. Ich mein, du hast ja immer noch die Aufgabe. Also seit wir das besprochen hatten. Wann haben wir das besprochen? Seit vier Monaten? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Puh, alt, unser ist 14 geworden. Ja, schön. Hat jemand im Chat vielleicht einen Themenvorschlag, worüber man mal reden könnte? Oder wenn ihr da draußen auf YouTube mal welches habt, dann könnt ihr ja auch mal mit in den Stream kommen oder mal lasst in die Kommentare schreiben. Steine, jetzt brauche ich Steine. Neues Auto. Ja. Über den Armbrusthuhn, wer ist denn der Armbrusthuhn? Ach, lol, Jörg Sprache, Alter. Der Armbrusthuhn. Geil. Ja, das ist tatsächlich ein Armbrusthuhn, Alter. Ja, das stimmt. Oh, Mann. Hm, wie baue ich das denn? Gut. Ja. Das stimmt. Hoffentlich. Vielleicht kommt es auf. So. Ja, Auto, über Auto braucht man nicht viel reden. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Ich mir auch, Lull. Ja, du hast ein gebrautes Auto gekauft. Ja, gut, stimmt. Wow. Hier ist einfach ein Bär. Bär. Oh, je. Oh, je. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, halbes Herz, Digga. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, weg von dem. Echt? Oh, guter Tipp. Wenn ich dich nicht hätte. So, umgebracht. Los, los, los. Hast du getötet? Ne. Jetzt brauche ich Steintrecken. Oh, Alter, ey. Ich bräuchte eigentlich einen durchgehenden Regler, wo ich dich lauter und leiser machen kann. Okay. So, jetzt hätte ich wieder lauter gemacht. Wollte mir gerade 80s Jubiläum anschauen. Dann habe ich gedacht, das hat ja Zeit, weil wir jetzt ja live, ist wichtiger. Stimmt. Ja, gut, bei 80 gibt es eh nichts Interessantes zu sehen, also. Von dem her bist du hier eh besser aufgehoben. So. Ach, da ist die. Scheiße. Dann machen wir mal das Börschel. Den Boden. Ich frage es nur wieder, wie groß. Vielleicht kannst du ja auch mal was Interessantes einfallen lassen, so wie beim letzten Lagerhaus. Ja gut, das ist halt hier unten jetzt ein bisschen schwierig mit dem Berg reinbauen oder so. Ja gut, das wäre einfach nur die Idee klauen. Ich meine, was einfallen lassen. Was eigenes. Dann nicht in den Berg rein, sondern in die Erde rein. Untergrund Lagerhaus. Mach, wenn du probieren willst, probier. Und dann komplett Glasdecke. Da oben so einen kleinen Raum, wo so ein paar... Weißt du, das soll drinstehen und dann geht's runter. Mhm. Könnte nicht sein, dann. Oh Mann. Was Google regelt schon bei Dommer? Google regelt? Hä? Google regelt? Was regelt denn Google bei dem? Was hab ich denn gefunden? Ein Tomatillo. Na lecker. Mh. Makrofad. Wegen dem Lager und die Ideen. Achso. Ja gut. Mann. Wie macht die Tür in die Hand, Alter. So, jetzt bauen wir ihn mal nach oben. Und das machen wir jetzt mal zu hier. Da ist jetzt bloß, was wir jetzt hier ändern. Also Raumaufteilungsmäßig. Scheiss. Musik. Musik. Schieß. Hmm. So, ich kann es nicht mehr sehen, ob ich es nicht mehr sehen kann. Was ist los? Ja, es ist immer wieder schöne Gespräche mit dir zu führen. Macht Spaß, finde ich toll. Super, wie du dich einbringst. Dankeschön. Klasse. Toll. Ich bin gespannt. Ja, Steinfundament würde ich sagen. Ja, genau. Zumindest hier oben. Die Vögel. Echt schön, wie sie sich anhören. Ja, ja, ja. Sehr gut, schön, dass sie mich bestätigen. Glas oder kein Glas? Ihr macht so scheiß drauf. Es wird schon wieder dunkel. Setz halt das Bett, Alter. Geh mal schlafen, bitte. Oha, nice Haus. Nein, ich habe eine Spinne gehört. Und jetzt? Der Stein sieht schon wieder anders aus. Das ist hier oben. Ah ja, ist doch so. Geil. Das Wetter ist gerade weg und modierte Daten an. Na toll. Na toll. Ja. Das ist echt schlecht. So, wir haben hier kein Stach drauf. Und dann wird das bestimmt richtig geil. Huch. Sag mal, was ist denn hier los? Stimmt, das ist ja dann wie ein Lager mit alten Staffel 2. Da hat man es ja auch so ein bisschen unterirdisch. Stimmt, das ist ja dann wie ein Lager mit alten Staffel 2. Staffel 2. Mhm, mit diesem, mit diesem Lager, wo es dann da in die Schlucht runterging. Die Schlucht in seinem Haus. Das war doch die, oder? Das war ein Wohnhaus. Also die alte Staffel 2. Ja, die alte Staffel 2. Ja, das war ja ein... Hä? Das war ein Wohnhaus, wo eine Schlucht unterm Boden war. Und da haben wir doch dann auch das Lager hingemacht, oder nicht? Echt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, keine Ahnung. Ach, mit der Treppe nach unten, oder so? Ja, ja, genau. Okay, der Gefrierschrank kommt, glaube ich, mal weg, wegen dem ist gerade der Vieh aus der Sicherung geknallt. Ja, schön. Oh, Junge. Na ja, solange der ganze Strom nicht auf dem Internetkabel hängt, wie bei uns, ist alles gut. Scheiße. Setz das doch da hin, Alter. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Das ist so viel weg damit. Und zwar hinten mit Erde zu machen, sieht es aus, als würde es in den Berg reingehen, also nach unten. Das ist geil. Ich glaub das wird was. Ich glaub das wird was. Ich glaub das wird was. Rippen! 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 Oh Mann. Sag mal, was ist denn hier los? Treppe auf den Kopf oder was? Oh mein Gott. Wie tief muss denn das? Das ist eine gute Frage. So, in dem Fall warst du es mal mit der Folge. Dann habt ihr jetzt da draußen auf YouTube auch mal einen kleinen Einblick bekommen, wie es ist, wenn man Dominik die Folge moderieren lässt. Geht auf jeden Fall ab, so alle zwei Minuten mal kurz irgendwas. Das ist schön. Also es ist unterhaltsam, freu ich mich. Das war die leiseste Folge der Welt, wenn es euch gefallen hat. Äh, lasst, äh, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.